hallo zu high on life unserem story gameplay wir sind jetzt in folge 7 in der letzten folge 6 haben wir tintenfischsuppe gemacht bisschen shoppen gegangen haben die nette dame hier in der hand kennengelernt und jetzt sind wir da um knöpfe zu drücken und um die screndel brüder um die screndel brüder zur strecke zu bringen und das kopfgeld zu kassieren ich dachte es gibt gleich fahrstuhlmusik ja gut und weil how hard can it be kann es ja versuch mhm wieder ein evok das ist ja aber eine lustige blubber maschine na gut dann erzähl mir was ältehunter who helped us out with all that paperwork and killed my boss krubus we really appreciated that but sorry i need to let the g3 know that you're here just my job nothing personal you're gonna set off the alarm yeah i'm gonna set i'm gonna set off the alarm we've got an intruder g3 you're coming for us sorry it's my job and i don't care about you i am simply a flip they pay me to tell them the intruder show up so i do it ich würde jetzt behaupten der teddy bear hat da was im aus habt ihr das gesehen die hat die zunge raus gesteckt die die süße ohren haben sind immer die schlimmsten er will auf die fresse die waren schon irgendwie tot oder kommt mir das nicht vor das ist g3 territory bautier oh ne und gib mir dein clipper wollte der nicht mehr geben ja da war er dort und mein schild down gerecht das heißt ich liebe mein jetpack ich bräuchte wie ein chivalry so ne tritttaste f bäm ab mit dir mein vorgesetzten bin ich nichts mein gott ich will die fernsehsendung gucken ist ja echt schlimm hier hier ne tür ne ne tür oh da gibts blümchen einen ja Oh, nicht gut. Ja. Nee, nee, ich will nicht. Wie ist das denn passiert? Wir haben Organe verloren, ich hab sie doch gehalten. Eingedrückt. Ja, doch, wir suchen mit dem Spaß. Zack. Warte, wenn ich das I drücke. Ähm, Mods. Gas. Time Sauger. Hm, war nicht aktiv. Gefällt. Äh. Jo. Der ist gelb. Oh, er ist jetzt gelb. Ja, ja. Ja. Eger, eger, eger. Eger, eger, eger. Kann mal jemand den Alarm ausstellen, der nervt ja. Ja, ja, ich will jetzt nicht einen Youngshot benutzen. Weißt du, wer bist du, oder? Ist das ein Alien? Ja, also, was machen wir? Inne, inne, muh und raus bist du. Okay, dann. Kann ich das wieder zurück machen? Durch deine Erstattung. Na gut, äh, das war jetzt nicht so... Das schneiden wir raus. Fuck, fucks! Ach du Scheiße. Oh, entriegelt? Was bist du denn? Ich würde dir sagen, irgendjemand, der hier arbeitet, hat einen Korb bekommen. Ganz einfach. Gut, dann gucken wir, wer hier die ganze Zeit schreit. Au, 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 au. Okay, da hinten siehst du nicht lustig aus. Oh, Gott, sind die Gatleons? Ich, äh, ich denke, ich werde verrückt. Warte, ich denke, der ist hier. Oh mein Gott, das ist... Ich weiß nicht, ob er... Ich weiß nicht, ich weiß nicht, wir müssen gehen. Also... Drehen wir nicht weiter drüber wie das hier aussieht. Also es ist... Es ist eine besondere Situation, wir nehmen den jetzt einfach mit. Oh, hey, du lacht toll! Mein Name ist Kreacher. Die BAD-GYES DID EXPERIMENTS ON ME AND FUCKED ME UP REAL BAD, IN BASICALLY EVERY WAY YOU CAN IMAGINE! Holy shit, am I glad to see another Catlean alive in here. Are there any others? Oh my god, yes! There's so many! Oh, but unless you've been alive, then no! These fucking G3 bastards! Kreacher, we're taking on the cartel. You want in? Oh, no, no, no. They take good care of me. Holding me against my will, cutting me open, doing experiments, Okay, you know what? Say it out loud! I think they might actually be bad! I'm part of your team now! Hell yeah! Welcome aboard! A creature? That, 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 that's your name? I guess so. Oh, hey! We're locked in! But that's fine! Don't freak out or anything! I can give birth to a bunch of little freaks, and they can disable the door lock! It's fine! Ah, beautiful! Look out, one of my little fuckers just saved us! Uuuuuiiii, that's the best man in the world! Then a few seconds later, when your mutant kid dies, because it has a microscope lifespan? That's not so good of a feeling actually, but I'm numb to it! Oh yeah! That's one of my children! They died back! Don't worry! It's easy to make more! And it feels good! God, I love them so much! Warte mal kurz, ich schalte mich mal, weil bei der, die anderen Waffen sind ja kein Problem, aber der... So, jetzt bin ich mal auf der anderen Seite unten, seht ihr mehr von ihren Waffen, obwohl das bildlich eigentlich gar nicht so schlecht war von der anderen Seite, das hat schon seinen Grund. Aber es sollte auch so laufen. Gut! Na dann, wie kann ich denn neue machen? Wo ist der denn jetzt gerade hin? Okay, die laufen alle Amok, also alles kleine Amokläufer. Wieso seht ihr auch Knife gar nicht mehr? Das ist schade, aber gut. Time for me to shine! Oh, sorry to speak up without asking, it's just, you should use me here! Plup, plup! Die sind wie die Marshmallows aus, äh, Ghostbusters 3. Also nicht dem scheiß Ghostbusters, sondern dem guten Ghostbusters 3. Je nach Geschmack natürlich. Gibt's denn hier noch Tolles? Okay. Da ist ne Tür. Gucken wir nicht durch. Jetzt einmal im Preis. Alter, du hast eben gesagt, du bist crazy, also mach crazy shit. Warte, wir holen uns nicht nur noch mal so ne Pflanze. Oh, brauchen wir nicht, okay. Also ich würde jetzt schon gerne da reinkommen wollen. Okay. Okay. Mhm. Mhm. Ja, das geht schon mal nicht. Na gut, dann ist das jetzt halt so. Ja, das geht schon mal nicht. Na gut, dann ist das jetzt halt so. Hallo! Hm, jetzt bin ich ein bisschen baff. Also wir haben hier Saft drauf. Da ist ja das 4 grad eben reingekrabbelt. Da war die Tür runter. Okay, warte hier. Ja. Wo rennt er hin? Ja, mach klatsch. Hier offen. Jackpot. Okay. Äh, wieder so ein Star Wars Episode 8. Also etwas, was nicht mal als Merchandise hin gehalten hat. Ich schätze mal, dass das Vieh sieht aus, wenn du nachdem man einen Strohhalm benutzt hat. Ja, also die machen hier Experimente. Gut, wir sind hier drin gewesen. Zack. Hier geht es nicht weiter. Wir waren da oben auf jeden Fall. In dem Saftladen. Aber wir können ja hier nochmal ran gehen. Ja, bla bla, bla bla, bla bla. Aber es muss da weiter gehen. Ich fässt davon aus. Hier geht es nicht weiter. Nee, da will es auch nicht. Oh, hier waren wir noch nicht. Guck mal. Wie habe ich das denn übersehen? Na, der sieht strange aus. So, Jung, was möchtest du denn? Das ist unser bestes Human-Fergle-Hybrid-Specimen. Es kann nicht so cool sein wie unser Subjekt im Weapons-Lamb. Aber es ist trotzdem ziemlich schön, nicht wahr? Wir nennen es einen Furman. Oder vielleicht ein Hurgle. Wir haben es noch nicht entschieden. Warum habe ich dir alles erzählt? Du weißt, ehrlich gesagt, es ist, weil du cool und ein bisschen schrecklich bist. Das ist gut. Es ist ein gutes Experiment, das ich denke, ist eigentlich nur ein totes Human mit einem Fergle drauf. Okay. Gut. Gehen wir weiter. Es muss hier durchgehen. Wie kommen wir da durch? Hier gibt's keinen Knopf. Geht's auch nicht weiter. So, kleiner. Da geht's auch nicht. Da auch nicht. Guck mal, das ist doch hier ne Scheibe. Ah, warte da. Zack. Bin ich doof. Exo ist blind. So, zack. Die Waffe ist einfach geil. Ja. Aua. Aua, 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 aua. 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 Hey, look at that, her grenade is about to blow. Aua. 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 Aua, aua. 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 Diese Runde ist ziemlich verdammt. Siehst du, wie sie füßt die Gatleons auf die Merck? Ja, du siehst es, sorry. Also, hallo? Oh, oh man, if you keep piling my kids on top of a guy, they can do mind control shit. They can make a bad guy fight for us. Oh shit, that mind control thing doesn't last very long. Sorry about that. I keep yelling at my kids to make it last longer, but they're shitheads. They do not listen. Shithead. Das letzte Mal, dass einer Shithead gerufen hat, war hinter meiner Karre in GTA 5. Hä? Jungs, was ist denn da los? Oh, holt ihn durch. Die Dinger sind echt wie Parasiten. Gut. Ja, ja, ja. Links, halte dann rechts um eine von Creatures Kreatur Kinder. Was war denn das jetzt? Ach so, die haben ihre eigene Goa-Ult Larvenfabrik. Ja, okay. Verstehen. Hallo Stargate. Ja. Okay. Hi-fi macht seinen Job. Was ist denn für einer? Wann die unendlich verschießen? Gar nicht der. Ja komm, dafür brauchen wir echt mehr Feuerkraft hier. So. Oh yeah, this is prepped. Move, I'll get approved! Der hat ja ein lustiges. Ich bin auch so ein Raketenwerfer. Wieso kann ich sowas nicht machen? Er zuckt. Er zuckt nur. Gib mir dein Zeug. Gib mir dein Glipper. Ich finde das cool, wie man den wirklich den Schleim runterschleimen kann. Aufzuwerfen. Oh, das geht hoch. Ja, das ging. Hallo. Let's give him a globshot. Right out of my trick hole. Fuck the duck. Another battle, another pile of dead fucking dumb G3 bodies. Listen, Bounty Hunter, you want to maybe try using Klug's device to save those humans? Help us, please. This is inhumane. Oh, well, the Warriors kind of confusing me because there's humans in there, but it's humans saved. Ich habe da gar nie mal hinterfragt, wo gehen die denn überhaupt hin mit diesem Device von diesem Klug. Das stimmt irgendwo nach Bali. Gut, wir haben jetzt gerettet. Wir sind der größte Retter überhaupt. Gibt es hier noch irgendwas Tolles? Außergewöhnliches? Ich glaube, wir haben jetzt alle gerettet. Künfe gegen Jonathan Frande. Ja. Oh, warte, warte, warte. Hier ist doch noch. Ja, es ist grün, aber ja, hinterfragen wir das nicht. Na gut, würde ich sagen, ab geht die Post. Ja, kann ich, denke ich, mache ich. Jetzt mach das Loch auf. Oh, hey, Jonathan. I think we're going to kill you. Okay. Genau. Okay. Oh. Yes. Okay. Oh, what? Oh, what? Oh, what? Oh. 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 Ja, 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 warte, 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 warte Die wirkt das gar nicht, Alter, sind das so beschiss, den beinlosen Au, au, au Es ist nicht wirklich abgehauen, Pussy Sorry, Squeezy Ja, hatte ich ja versucht, hatte ich ja versucht, aber er wollte nicht funktionieren, was gibt's denn hier? Ähm Hybrid Lab Das andere Jenny Gehen los Da ist noch einer Ja, ist noch ein Asshole So, Launt Also irgendwas Immer mit Lab Dude Hey, ey, werd jetzt nicht sauer, aber ich habe, glaube ich, den Computer in deinem Zimmer kaputt gemacht Oh, Junge Alter, warte, ich will ehrlich sein, ich habe versucht, mir darauf Pornos anzufangen Ja, was denn sonst Nein, 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 nein Ist das Ding noch da? Ja Also Gut Jut Juhuuu Uiuiui Uiuiui Das ist ja Woppa Sieht nur raus Na, das ist doch mal was Long Range Weg, weg Das klang gerade wie Wo geht das denn hin? Wo geht das denn hin? Uuuuup Ich will auch geused werden, mein Gott Kann hier nicht jeder geused werden Ich will auch geused werden, mein Gott Kann hier nicht jeder geused werden So Scharfschütze entdeckt Wo denn? Wo denn? Ah Nicht mehr Tolles Jungs Jungs 2 Karte 3 Jess Gabbitt arbeitet allein Der betrügerische Spieler Jess Gabbitt lehnt das Angebot von Captain Sklop ab, sich zusammenzutun und den bösen Lord Skran aufzuhalten Aber Lord Skran wird meinen Planeten zerstören Ruft Captain Sklop Planeten sind mir egal, antwortet Jess Alles was mich interessiert ist Sex mit gruseligen Monstern zu haben Das könnte schwieriger werden als ich Als wir dachten Aha Alles klar Han Solo Geht aus wie Bombe Hey hey Ich habe das nicht dein Computer repariert Ooooooh Ah ist ein Scheiter Der ist repariert denn ich konnte mir ein paar Pornofilmchen darauf anschauen Ja Gehts da nicht hoch? Äh da gehts hoch Jungs Das nervt mich Möge Das geht Nein Nein ti Frage ist doch, ob wir da oben hin können, oder? Das war ein... Das war ein beschissen Baum. Okay, wir versuchen mal auf dem Ding hier zu landen. Das geht. Kommen wir da hoch. Nee, kommen wir nicht. Nicht so ohne weiteres. Wir probieren es noch einmal. Wenn es nicht klappt, gehen wir weiter. Das ist halt schon komisch. Weil wir hatten ja schon in der, ich glaube, zweiten Folge, Ecken, die so aussehen, als ob man hin könnte, aber wo man nicht hin kann. Warte, was ist denn da hinten? Nee, von der anderen Seite definitiv nicht. Das geht auf, das geht auf. Das bringt uns aber alles nichts. Wir müssen hier auf dem Baum landen können. Oh, wir können doch landen. Dann hatten wir gerade eben nur eine Clipping-Fehler-Stelle gefunden. Sind durchgeglitscht. So, Treibstoff voll. Na dann. Auf geht's. Was gibt's hier Tolles? Wir sind an eine Stelle gekommen, die es im Spiel nicht gibt. Wir haben es für die Wissenschaft getan. Ja, genau. Nee, da nicht. Warte, wo? Da ist der Schalter. Aber der hat doch vorhin gesagt, Warp, voraus? Wir gehen nochmal zurück. Warp, Basis, voraus. Komm, Kenny, du hast mehr Power als die Dame. Warp, Basis, voraus, hat er gesagt. Und eigentlich, wenn Warp, Basis, voraus ist. Ready for Sweezy? Oh, you're a customer in my store. Oh, it's gonna take you a long time. Oh, shit, Jesus. Geil, 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 geil. Aber wo ist der Warp-Pristal? Warp-Basis voraus. Warp-Basis. Fuck the Discovery Channel! You're an egglicker! Fuck! Hm. Ich hab ihn. Irgendwo ist noch einer da. Schade. Warp Basis voraus war für mich bisher immer, irgendwo ist so ein Ding mit einer Warpscheibe. Die Türchen ist offen. Ja, ich fühlte mich auch nicht. Also der Junge hier braucht definitiv mehr Munition. Du und ich, wir haben das! Das wird nichts. Okay. Ah, na gut. We're like a drone! Halt! Profi. Jetzt? Okay, wir sollen rüber. Wir sollen ihn schrauben! Wir sollen ihn schrauben! Alright! Wollt ihr denn alle? Ach, da oben! Alter, der will immer nur benutzt werden. Benutze mich, benutze mich. Schieß die dicke Ladung ab. Der hat auch Komplexe, definitiv. Ah, okay. I'm ready for blood. Hey Jungs, sind wir das noch jetzt? Okay. Zurück mit dir. Nein, nicht die Finger. Heiße Käfer. Das sind Käferfrösche. Ist das schlimmer? Wir nennen die ab jetzt nur noch Käferfrösche. Okay, wir schießen jetzt mal ab. Was hat er sich gebracht? Fuchs selber doof. Hat jetzt nicht so viel gebracht. Warpbasis voraus. Was hat die mit Netflix gehabt? Oder wer hat er da mit Netflix was gehabt? Ist das wohl im Karton? Da ist der Stein. Sag ich doch. Warpbasis voraus bedeutet, da müsste so eine Kommandozentrale sein. Wahrscheinlich wird man das im Replay nochmal sehen, dass ich zu doof war, irgendwo was zu finden. Aber eigentlich ist da immer Warp-Kristall, den wir dann bei dem Dealer in der Stadt verticken können. Vertrehte Klonanlage. Ja. Ich finde die Waffe, die Waffe ist einfach top. Guck dich mal an, wie die hin und her springen. Mit Kerze im Arsch. War das alles unter meinem Arsch? Das Gefühl der Freiheit. Wie auf einem Motorrad mit einem Jetpack. Das ist... Na klar, man hat irgendeine Protonenladung. Ein Atomreaktor. Oder ein Triebwerk auf dem Rücken. Aber... Die trokeln nur die Augen. Wot, wot, wot. Wot haben wir noch was? Boah, wot. Was bist du das für einer? Was ist das für einer? Der war ja wie aufs Steroide. Keiner? Keiner? Geil. Zack. Gemand? Cute. Irgendwann gab's hier. Ah. Schön nachgeladen. Nachgeladen. Breakdance. Ich hab's... 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 Okay, so where did he go? The Strindle, where did he go? Come right up, come right up, come right up! Okay. Don't worry, I'm on a break. I just want to enjoy my lunch. Hey there! We don't sell food. It is very confusing. Aha. So, was haben wir denn hier? Äh, Schei... Schei... Schnauze. Stopf eine weitere Scheibenblase in Guss, damit er schneller mehr Scheiben erzeugen kann und sorgt sich weniger um die abgezweifelten Schmerzen, die er für... Was für ihn ist dies, um seinen Körper zu schießen? Ja. Druah Hell Tank, Eingekopfgeljägerball. Ja, noch mehr HP. Und Lamars Werfer Mod. Ja, Argumention... Hilft die Creature etwas auflockern. Mit einem voll aufgeladenen Schuss kann er bis zu drei kleine... Oh ja. Bestätigen. E. Creature. Fortfahren. Wie sieht er jetzt aus? Er hat es grüne kleine Babys. Sind die nicht süß? Die sind so süß. Wir haben jetzt noch tausend. Hey, listen, I keep asking the higher-ups. Can we sell food? Can we start to... You got a big appetite. So. Döt. Oder hat er das jetzt? Bus? Ja. Enjoy the rest of Screndle Labs. Okay, der hat jetzt Dienstpause. Das heißt, er ist nicht zu fürchten. Essen verkaufen sich hier eh nicht. Wie geht's nicht weiter? Moment. Schaffen wir das? Aber es war doch ein cooles Bild. Geht's hier weiter? Hier kamen wir her. Hier kamen wir rein. Angela's Office. Cafeteria. Krieg ist nicht weiter? Okay? Okay. Alright, enough bullshit. We can see you, Screndle. Lett' us in. No, you can't. Fuck off. Wir probieren das gleich nochmal, was wir eben schon gemacht haben. Zack. Ist er jetzt echt das Fenster? Ich glaub's ja nicht. Wir sind ja gar kein Fenster. Da können wir nicht hoch. Oh, warte, da ist. Da ist so ein wackeliges Ding. Beyonce Stars 2 Nummer 4 Dreier vom Planeten Hölle. Jazz und Captain Scope freuen sich an, um sich gegen einen der gefräßigsten Reichszahnbestien des Planeten Hölle zu verbünden. Du bist gar nicht so schlecht, Kleiner. Vielleicht schließe ich mich dir an. Äh, ja. Okay. Und mit diesen Worten würde ich sagen, Abschluss der Folge 7. Bis zu Folge 8. Vielleicht gibt's da noch mehr von Han Solo. Oder ist es Rick? Wer weiß das schon? Okay. Also bis zur nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020